Ich habe einen Film gesehen, wo David Yanni ein starker Message gab. Ein Message für Freundschaft. Das ist ein Hoffnungspiano. So hast du geteilt. Ich möchte Losing Ries durch Litzburg und Deutschland erweitern. Ich möchte die Leute aufmerksam machen. Wir haben die Piano gemalt für Menschen und ihnen Hoffnung zu machen. Mit viel Musik, aber auch einfach mit dem schönen Instrument. Der Piano geht nur um ein Ries. Das geht heute zu Litzburg schon. Wir fuhren dann fort. Dann geht es zu München weiter. Ich finde, es ist ein großes Stil. Man sucht an einem Piano. Wo man dann mit der DKMS zusammen macht. Das deutsche Knochenmark, Spenderdatei. Mit denen machen wir zusammen Spenderaktionen. Und die Leute können spontan die große Garen typisieren lassen. Letztes Jahr haben wir mit David zusammen geschafft, wo der Projekt mein Urbain Piano hat. Wo man ein ganz faszinierendes Piano hat. Letztes Jahr, Musikkultur, Obdrehsgang. Man zieht von Litzbüch aus. Und das ist ein Reif von Europa. Und auch dieses Jahr haben wir mit dem neuen Projekt eine ganz flotte Idee. Wo wir gesagt haben. Und die Weltmeister will. Auf jeden Fall unterstützen wir. Einfach auch an den Kader passt. Von uns für soziale Verantwortung zu überholen. Und zwar sind die Idee erst für Litzbüch aus. Mein Piano. Eine Botschaft auch zu geben. Für verschiedene Garen. In Deutschland. Und mehr Leute eben umzusprechen. Dass sie sich auch registrieren sollen als Stammzellenspender. Und so einfach mehr Leute können. Eine Chance zu geben, viel Leben zu retten. Und wir sind, wie gesagt, ganz froh, dass die Welt dort können zu unterstützen. Die Massage, die heute davon ausgeht. Dass das den selvesten Massage vom Piano von der Hoffnung ausgeht. Der Krebs, der geworgen hat seinen Hut. Als ein Bartappel. Aber immer mehr oft, wenn der Match gegen die Krankheit. Ich fand das Projekt super. Und ich muss sagen, ich bin auch von der Fan von der ersten Stirn. Von David. Das Projekt ist ein ganz guter Hand. Und der Massage ist noch mehr. Ich bin von der Natur aus Optimist. Ein Optimist wird Hoffnung bis zum Schluss. Aber er haut immer mehr. Geht die Hoffnung auch auf. Das ist super. Das ist super. Und ich bin von der Schock. Aber ich bin von der Schock. Aber ich bin von der Schock. Aber ich bin von der Schock. Und ich bin von der Schock. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Danke. Denn in Luxembourgeois, die Krankheit frappe eine Malade, aber die Solitude frappe die Krankheit eine zweite Mal. Die Fondation Kanzler hilft den Krebspatienten voll, an dem die Informationen gibt, an dem die Psychologische Hilfe gibt. Es gibt auch Material Hilfe bei denen, die nicht so gut in Stadt sind. An dem großen Teil von unserem Budget geht es selbstverständlich auch an der Recherche, um zu schauen, dass neue Sachen vorgehen, damit die Patienten besser gehen. Ich bin froh, dass das Piano von der Hoffnung von einem der Koch eine Etappe möchte, und dass es auf einer steht, da noch die Hoffnung weitergeht, die Hoffnung für ein besseres Leben und mehr Heilungen für alle Patienten, der Krebspatienten ist. Ich heiße Muriel. In 2002, 33 Jahre alt, ich weiß, dass ich eine Krankheit von Hodgkin souffre, auch gesagt, den Ganglionen cancer. Stade 3. Inoperable, der Kanzler me informiert, dass die Chimie ein kleiner Kalver wird, aber dass wir diese Krankheit gut behandeln. Meine Kanzler, meine Kanzler, meine Kanzler, meine Kanzler, meine Kanzler, wir sind ja noch married, und wir kommen aus dem Wochenende. Das Wochenende, das Leben, das Leben, dass ich mir ein guter, dass die Krankheit schon wieder in meinem Körper ist. Das war, für sechs Monate von Chimio, bei zwei Wochen. Die erste, wo ich so sicker, dass ich mich so schmerzen, dass ich mich zu gehen, zu gehen, war, ich bin am Anfang der Ferse. Und dann, die zweite, ich, kurz kurz, ich mich auf der Hände, in 2003, die Leben ist. sehr fatiglich, aber auch leben. In 2005, ich mache ich einen grossen Test-Studio. ein bisschen au hasard, ich sage das mal. Die zwei rose sind. Ich bin in einem Auslager. Ich bin und meine Zonen. Mon corps a développé un cancer. Comment est-ce possible qu'il puisse fabriquer un enfant ? Un incroyable petit garçon pointe le bout de son nez fin 2005. Et c'est vraiment l'enfant du miracle. Jamais je ne baisserai les bras. Il faut croire en soi et transmettre son énergie aux autres malades. Profiter de ses petits plaisirs au quotidien. C'est ça aussi le relais pour la vie. C'est une occasion unique de mettre ses angoisses en arrière-plan pendant deux jours. Il y a tellement de force dans cette salle, parmi vous tous. N'oubliez jamais qu'au bout du tunnel, il y a souvent, très souvent, cette fantastique lumière qu'est la vie. Je vous remercie toutes et tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.